Pistons können Blöcke abbauen und zwar so, dass sie auch droppen und man sie einsammeln kann. Und normalerweise schieben die doch nur Blöcke. Was ist denn hier los? Mit dem Trick kann man den einen oder anderen Block einsammeln. Insgesamt 40 verschiedene sind der Fall. Und das hat man sich auch gewünscht. Ein Block, der andere Blöcke abbauen kann in Minecraft. Normalerweise macht man das mit TNT auf dem Boden. Da wird ein Stil drauf und TNT fetzt natürlich die Blöcke weg. Und ich glaube seit 1.16 oder jedenfalls irgendeinem neuen Update ist es so, dass auch dabei keine Verlustleistung ist. Also wenn ich jetzt hier lang gehe, dann müsste ich eigentlich alle Blöcke kriegen, die zerstört worden sind. Und vorher war es so, dass ein Teil davon immer zerstört wurde. Man nutzt die Technik generell mit TNT, mit dem TNT Duper, bei Farmen wie in einer Baumfarm oder so. Oder bei einer großen Cobblestone-Farm hat man auch schon in Craft Attack 7 war das noch. Hat man das ebenfalls verwendet. Aber Pistons können jedenfalls Blöcke abbauen in einem speziellen Format oder in einer speziellen Richtung. Und ist eigentlich auch recht simpel, aber keine Ahnung, dachte ich, das wäre schon immer relevant. Da wir heute nur ein lockeres Video hatten, dachte ich, ich mache heute noch ein zweites, kurzes hinterher. Vielen Dank für den Support übrigens, Leute. Also, welche oder worum geht es hier ganz genau? Sämtliche Gravity-Blöcke, die man bewegen kann. Der Pisten kann beispielsweise Sand umwandeln in den Item. Also wenn ich hier ein bisschen Sand auf dem Pisten drauf habe, sieht erstmal normal aus. Ups, sieht erstmal normal aus. Man kann es nur nicht hochdrücken und runterfallen lassen. Wenn man das eigentlich sehr, sehr schnell macht, dann glitschen die ineinander und bauen sich ab. Und dann hat man hier das Zeug bekommen. Das gilt natürlich für mehr als nur für normalen Sand. Wir können auch roten Sand selbstverständlich nehmen. Wir können Kies nehmen und wie gesagt, bis zu 40 Blöcke. Okay, kommt natürlich auch auf gefärbte Sachen an. Was auf, ich zeige es euch. Also Kies, Red Sand, Sand, das ist alles fein. Funktioniert wunderbar. Ambrusse gehen nicht. Ambrusse kann man nicht mit einem Pisten nach oben verschieben. Die kann man deswegen nicht abbauen. Aber vor allen Dingen sämtliche Concrete-Powder-Arten. Da gibt es irgendwie, wie viele waren das, 17 Stück, 18 Stück? Ne, doch 17 Stück circa. Das heißt, wenn ich mir Pikes Puder haben möchte und abbauen will, zu Items konvertieren, geht das auch sehr, sehr einfach. Einfach mit einer Glock dann dranhängen und Pisten arbeiten lassen, dann kommt ihr das um. Und was ebenfalls noch funktioniert, das geht auch noch eine sehr, sehr einfache Art und Weise. Dafür muss man nicht den Schwierig- oder den Schwerkraft-Trick nutzen. Wir können natürlich Schalker-Boxen abbauen. Egal welche, gibt es auch 17 verschiedene Arten. Mit einem Pistendruck wird das ganze Ding abgeploppt und eingesammelt. Es gibt Schalker-Box-Loader, da macht sich die Technik, das zu nutzen, wo ein Hopper ist, wo eine Schalker-Box gefüllt wird. Und wenn diese voll ist, wird die Box einfach weggedrückt und dann wird die eingesammelt von einem Hopper. Und dann kann man in einer Kiste Schalker-Boxen beispielsweise lagern. Ist aber auch wieder ein bisschen komplexer und vielleicht ein bisschen zu viel für ein kleines, aber entspanntes Video. So, kann man vielleicht nutzen für ein paar besondere Schaltungen, was weiß ich. Nicht, aber Pistons können Blöcke zerstören. Was meint ihr? Wird es irgendwann mal in Minecraft einen Block geben, sowas wie so ein Bohrer, so ein Bohr-Block oder ein Block-Breaker aus Mod-Packs, dass man Blöcke vor sich abbauen kann, automatisiert? Schätzt ihr es realistisch oder nicht? Sagt mal wahrscheinlich in den Kommentaren. Passiert ja aktuell viel mit Updates. Skalk-Sensor ist krass. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch sowas gefällt, wie gesagt, auch mal die kurzen Videos ein Like, wenn ihr die im YouTube-Algorithmus über wahnsinnig lieb. Hilft immer extrem, das letzte Video ging. Übelst ab. Danke, Leute. Und wir sehen uns im nächsten. Bis dann. Ciao, ciao.